Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Replay Super Meat Boy Kleine Änderungen gab es, wer es bisher schon gesehen hat, ich glaube ich habe es schon hochgeladen Ich habe einen neuen Computer, ich habe eine neue Maus, ich habe ein neues Mauspad, das werde ich wahrscheinlich nicht erzählen Massenhaft neue Spiele, Massenhaft neue Lust, ich habe ja lange nicht mehr das Super Meat Boy hochgeladen Und jetzt wird das Projekt bis zum Ende durchgezogen Ich habe noch keine Ahnung, wann dieses Video kommt, wahrscheinlich für euch in Dienstag 5 Tagen Also für mich in 5 Tagen, für euch ja heute oder vor ein paar Tagen dann halt Voraussichtlich am 2.7. Ist das richtig? Ich gucke mal kurz auf den eigenen Computer Ja, 2.7. sieht richtig aus Ja, wie gesagt, ich habe momentan, ach das habt ihr alles in einem anderen Video gesehen, wir starten jetzt einfach mal ins Spiel Das habe ich auch noch nicht in den Timer mit reingenommen, den ich natürlich nicht vergessen habe Und deshalb gerade drum rumlabern natürlich Ich habe den nicht vergessen, deshalb starte ich jetzt auch sofort Und muss mich noch kurz meinen Timer einstellen Ich habe gerade mal geguckt, in welchem Level wir waren und wir waren mit der Hölle fertig Ich glaube es nicht, wir haben mit dem Scheiß-Computer, der hier neben mir steht, ne Glauben wir vielleicht, haben wir die Hölle abgeschlossen Ich habe eben den Sound-Aufnahme gemacht und hoffe das es nicht passt Und da die eh nicht reden, kommentieren wir das ganze mal Ja, blöses anstrahlen und lauflauflauflauflauflauflauflauflauflauflauflauflauflauflauflauflauflauflauflaa Ich komme zu schnell reden Alter Ähm, ich bin ein bisschen krank, hört man auch ein bisschen Oh, der Meat Boy aber kassiert, Alter. Und schmeiß ihn einfach runter. Ähm... Das war ungewollt, tut mir leid. Ach so, das sieht schon eher so aus. Ich hab tatsächlich stabil 60 FPS. Ey, ist das schön. Äh... Das sieht nicht so gesund aus jetzt besser. Ich hab gerade leichten Schluck auf. Übrigens, oh Gott, Rapture. Oh, fuck. So, gleich mal die erste nehmen. Wir haben elf Bandages, das wird jetzt bestimmt auch besser. Ich hab übrigens das komplette Spiel verlernt. Ich hab seit Monaten nicht mehr gezockt. Boah, ist das ungewohnt, Alter. Das sieht übrigens so aus wie Level-D. Das... Hahaha. Oh, verfrittet. Fuck. Ich hab Schluck auf. Freddy. Oh, süß von dir. Voll süß, aber. Ich... Warte mal. Ich muss nur kurz antworten. So, ach ja, man kann ja auch rennen. Oh, Gott. Also, wie gesagt, ne, ich hab alles vergessen. Bitte verzeiht mir das. Ich werde auch die ersten Parts übertrieben failen. Oh, 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 fuck, fuck, Alter. Nein! Okay, nächstes Mal erst angucken, dann Grade A kriegen wollen. Äh, ja. Das zensiere ich wahrscheinlich raus. Nein. Ähm. Habt ihr ja wahrscheinlich gelesen. Wenn nicht, Freddy wünscht euch allen eine... Oh, süß, aber. Voll süß von ihm. Ähm, er wünscht euch... Oh, fuck. Er wünscht euch allen eine gute Nacht. Ich fürchte, ich muss gleich hier auch noch mit. Aber ich bringe mir mit dem Schluck auf, Alter. Das ist ja vollkotzig, ey. Okay, das war... Wenn ich das jetzt auf den Sack gehe, tut mir das leid. Ähm. Ja, was gibt's großartig zu erzählen? Ich hab nur... Fick dich! Du Hure! Ähm. Ich darf ja nicht so viel reden, einfach. Okay. Das kommt vielleicht nicht so gut in dem Display. Ich hab, wie gesagt, einen neuen Computer. Ähm. Der steht jetzt gerade seit... Drei Tagen hier? Drei. Vier. Ach. Fick dich. Seit vier Tagen hier. Das war dumm. Woh. Ich bin kurz auf K, Leute. Tschüss. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück. Ich muss den Timer wieder starten. Ähm. Mein Schluck auf ist jetzt ein bisschen besser. Ich hab gerade was getrunken. Sorry, ich bin das Kommentieren überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich hab das letzte Mal aufgenommen vor... ... einer Woche. Alter, alter! Huh! Ey. Rapture ist schon ein bisschen... Ich hab Freddy gerade geschrieben, dass ich Schluck auf hab. Und er ist halt so ein bisschen... Ja. Muss natürlich gleich weiterschreiben. Bisschen Fame abgreifen und so. Nein! Mann! Ich schaffe in dieser... Ach, meine Fresse. Ich muss gucken, ob ich das hier als Special vielleicht veröffentliche. So, als Welcome Back. Warum? Weißt du, sonst trifft mich das Ding nicht, wenn ich voll drin stehe. Okay, das war scheiße. Ähm. Sonst trifft mich das Ding nicht, wenn ich voll drin stehe. Und jetzt, ey. Jetzt trifft mich das Teil einfach mal. So mega hardcore. Wenn ich nur daneben stehe irgendwie. Eine... Ach, gut. Ähm. So funktioniert es. Ich hab bei einer WhatsApp-Nachricht gekriegt. Was ihr nicht gehört habt, äh, das war scheiße. Also wie gesagt, ich muss mich gerade erstmal an die, äh, neue Aufnahmegeschwindigkeit gewöhnen. Weil ich hab jetzt flüssig 60 FPS. Ich hatte vorher so... Nicht flüssig, äh, 12 1,5. Und das ist jetzt halt ein ganz anderes Feeling. Und ich bin halt auch einfach wochenlang raus. Ah, das ist echt flüssig. Ich bin gerade echt überglücklich mit dem neuen Computer. Ich hab ja wahrscheinlich dieses Video gemacht, was ich ja vielleicht gesehen hab. Wenn ich's überhaupt gemacht hab, ich weiß es noch nicht. Ich werd's dann wahrscheinlich morgen produzieren. Oh, war das gut, ey. Äh, die Wobson können wir dann immer noch machen. Oh, na, wir lassen's einfach. Ne, kommen wir heute nochmal die Wobson. Dann mach ich hier so ein kleines Special draus. So ein bisschen, äh, Freddy voll süß, aber und so Special. Ähm. Ja, man merkt's vielleicht, ich bin... Ah, fuck! Ich bin komplett raus, Alter. Ich hab einfach seit 6 oder 7 Monaten kein Meat Boy mehr gespielt. Das war super. Ähm, ja, seit 6 oder 7 Monaten kein Meat Boy mehr gespielt. Ich hab seit 4 Wochen überhaupt nicht mehr mit Aufnahme gespielt. Auf dem neuen Computer noch gar nichts. Ich musste erstmal eben alles installieren dafür. Also alles installiert hab ich schon ein bisschen länger. Aber ich musste halt alles neu konfigurieren. Fraps jetzt wieder richtig einstellen. Ich hatte erst Fraps vergessen, das Mikrofon zuzuweisen. Dann hatte ich die ersten zwei Aufnahmen komplett ohne Sound. Und ich dachte mir so, oh fuck, warum nimmt das mein Sound nicht mehr auf? Hab ich kontrolliert, ob mein Mikrofon richtig steckt. Und das ist grad übrigens übertrieben scheiße von mir. Das war auch übertrieben scheiße von mir. Dann hab ich halt übergeguckt, ob mein Mikrofon richtig steckt. Und dann dachte ich mir so, hä? Hä? Was läuft denn schief bei dir, du Hurensohn? Und dann hab ich gesagt, okay, es läuft gar nichts schief bei ihm, dieser Hurensohn. Ähm. Ich hab's noch nicht richtig angeschlossen. Ich Hurensohn. Und dann hab ich halt mal schnell umgestöpselt. Nein, dann hab ich nicht umgestöpselt, dann hab ich halt einfach mal schnell und dann hab ich einfach die richtige Audiobooks zugewiesen, sozusagen. Und jetzt läuft alles. Da musst du den Sound nochmal nachstellen. Ich sollte nicht so viel reden, weil dabei kann ich mich nicht konzentrieren. Boah. Das ist knapp, Alter. Jetzt komm runter. Okay, ich spring einfach nicht immer. Ich bin jetzt mal kurz ruhig. Ich versuch das jetzt mal vor euch schnell zu schaffen, okay? Ich bin immer so lange, halte ich die Fresse. Vielleicht spure ich das auch vor. Bis gleich. Ich muss so die Welt. Boah, ist das scheiße, Alter. Ich spure es auf jeden Fall vor, Alter. Ich spure es auf jeden Fall vor, Alter. Ich muss mal kurz auf Stopp. Ich versuche es auf jeden Fall vor, Alter. Und das ist doch mehr wirklich. Ich hasse dieses Level jetzt schon, Alter. Oh, war's gut, ey. Vielleicht wird's diese Version noch mal irgendwann ungeschnitten geben. Ich mag's ungeschnitten in der Sache. Ich bin ja eigentlich überhaupt niemand, der gerne schneidet. Ich hasse dieses Spiel übrigens übertrieben ist. Wenn man so dumm ist wie ich, dann schafft man das auch nicht, Alter. Das können die dann von einem verlangen, ey. Ah, dieses Spiel macht mich aggressiv. Ich werd's nicht so machen wie Freddy. Ich beende dieses Let's Play. Und zwar mit dem Ende des Spiels. Und weh, dann kommt ein zweiter Teil von diesem Huren-Spiel raus, Alter. Ich bin sowieso heute so ein bisschen aggro, ihr Huren. Ich mag mich bestimmt nicht. Okay, ich hab keine Ahnung, wie man es standardmäßig schaffen soll. Ich weiß, wie ich's schaffe. Ich muss mich noch da oben hochspielen zwischendurch. Nein, Mann, mit Tastatur, das zu spielen, ist aber auch echt krampfig. Weil man halt echt Tasten so ficken muss. Vor allem, ich spiel jetzt gerade wieder mit meiner alten Tastatur, weil ich über meine neue Milch gegossen hab. Äh, Apfelsaft. Und man muss sich halt echt viel daran gewöhnen, dass die unterschiedlich schnell funktionieren. Und, ach, meine Fresse. Das kann nicht dauern. Habt ihr was von? Ich nicht, es ist 22 Uhr noch was. Zwischenwahrscheinlich 23 Uhr, ja, fast 23 Uhr. Ich muss morgen früh los, äh, um 5 Uhr Zug bekommen. Und um Viertel vor 8 Uhr Schule. Aber Wochenende wird gut für euch aufgenommen. Freitag hab ich komplett Zeit. Und wahrscheinlich wird sehr viel vom Wochenende draufgehen für... Ah, für Aufnahme, meine Fresse, nee. Ich brauche ein Xbox-Pad. Kein Playstation-Pad. Nein, ein Xbox-Pad. Mit Playstation-Pad kann doch kein Mensch umgehen. Ich hab auch keine Ahnung, wie man standardmäßig machen soll. Ich war ja schon da oben, ey. Ich mach die Warp-Song, ist mir gar nicht egal. Komm, nochmal ruf'n runter und zack. Ja! Oh, fuck! Ja! Nein, nein, nein! Oh, gut, gut. Huh, huh, huh. Oh, ne Retro-Song. Und dafür hab ich mir ein neues, äh... Oh, das schaff ich nie im Leben übrigens. Okay, man springt so hoch. Pfff... Was soll man denn hier machen, Alter? Okay, sobald die alle durch sind, dann renne ich los. Spring hier. Okay. Letztes Leben. Eins, zwei, drei. Nein! Okay. Schade. Ähm, die Bobson können wir irgendwann nochmal spielen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Scheiße. Jetzt müssen wir die ganze Scheiße nochmal machen. Ich kotze hier hin, du. Das klöpst ja gar nicht. Oh, Gott. Ich hasse dieses Level jetzt schon. Oh, diesen ganzen Spielmodi hasse ich jetzt schon. Boah, der ist ja richtig zum Kotzen, Digga. Puh, nee. Ey, der wird mich richtig aggro machen, wird er mich. Du, davon könntest du aber mal ausgehen. Den werden wir Ende spielen, ne? Also, stell ich da schon mal auf Schlimmes ein, auf schlimme Ausröster und so weiter. Boah, ich muss morgen weiter aufnehmen, ey. Ich krieg jetzt schon gar Fick. Morgen, nein, eventuell sogar mit Kommentator. Kirschi hat eventuell morgen wieder. Kirschi ist eventuell morgen sogar wieder erreichbar, wenn TK und so weg sind. Äh, übrigens... Wär ganz cool. Ach, das wird... Nee, nee, nee. Egal. Ich wollt grad Werbung für Kirschi machen, aber Kirschi hat mehr Fans als ich und der macht selbst keine Werbung für sich, also lass das. Ähm, ich wollt grad dafür voten, also grad euch dafür überzeugen, dass ihr mal ein Battle von ihm anguckt, aber lass das einfach. So geil ist das auch nicht. Ich wollt's eigentlich auch nur gesagt haben, um ihn so ein bisschen zu unterstützen, weil ich's echt lustig finde. Ach, Mann, wie soll man das denn schaffen? Das ist so ein Hurensohn-Stage hier. Junge. Deine Mutter, Junge. Deine Mutter ist so traurig, dass sie dich erschaffen hat. Sie hat dich in dieses Stage umbenannt, Alter. Du weißt einfach Rapture, du Hurensohn. Das ist jetzt mal ne neue Beleihung, wenn ich irgendjemanden kennenlerne, den ich überhaupt nicht leiden kann, Alter. Du weißt einfach Rapture. Das ist echt lecker. Ich muss mir nachher mal den Namen aufschreiben. Das ist echt ne harte Beleihung, wenn man so heißt, ey. Das geht ja inzwischen sogar. Ah, hier. Wie soll man das schaffen? Okay, Moment. Ich muss ja deutlich rennen. Das war knapp. Ist mir gerade egal, wie lange die Runde geht. Ich will dieses Level fertig machen. Danach höre ich auch diese Runde auf. Also ihr könnt's vergessen, dass ich danach noch ne Runde machen, ne? Dann dauert mir das selbst zu lange. Und die Videos guckt sich ja eh keiner an. Wer soll denn das gucken? Ich hab überlegt, ob ich schneide, aber dann... Das wird einfach ein Special. Welcome back, replay, meatball oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin ja froh, dass ich endlich wieder dabei bin. Weil das ist echt eins der Spiele, worauf ich mich gefreut hab. Das ist das erste komplette Spiel, was ich durchspielen werde nach MMM. MMM ist ja beendet, leider. Was ist denn das für ein Huren, so ein Stage, Alter? Oh, fuck, Junge. Okay, da springe ich drüber, wenn es hier ist. Und... Mal los. Ja, ja. Oh, Bums, die Negerin, Alter. Ähm. Puh, die Wiederholung will ich speichern. Shift. Ah, okay, jetzt hat es gespeichert. Ich hab keine Ahnung, ob er noch aufnimmt, aber er ist grad abgeschmiert. Scheinbar nimmt er nicht mehr auf. Ah, das ist doch, ich war gut. Ah, das war, das war. Das war, das es ja so. Ich hab mir damit. ... Untertitelung des ZDF, 2020